Dieses ist das dritte und letzte einer Reihe von Videos, die sich mit den Kaisern des 1. und 2. Jahrhunderts beschäftigen. Hier geht es um die dritte Gruppe, die sogenannten Adoptivkaiser, die von 96 bis 192 n. Chr. für 96 Jahre lang die Geschichte des Römischen Reichs lenken. Nach der Ermordung Domitians wurde von den Verschwörern und dem Senat vereinbart, übergangsweise den alten, verdienten und vor allem kinderlosen Senator Marcus Coqueius Nerva zum Kaiser zu ernennen. Dieser galt als Gegenentwurf zu Domitian und war beim Senat äußerst beliebt. Weniger begeistert war allerdings die Pretorianer Garde, der Nerva die üblichen Geldgeschenke versagte. Als diese daraufhin meuterte, adoptierte Nerva den aus Spanien stammenden Feldherrn Trajan, der bei den Soldaten sehr beliebt war. Als Nerva zwei Jahre nach Amtsantritt starb, übernahm Trajan die Macht. Damit wurde das Prinzip des Adoptivkaisertums begründet. Aufgrund der besonderen Blüte und Prosperität des Reiches wird diese Epoche auch als Zeitalter der guten Kaiser bezeichnet. Trajan regierte von 98 bis 117 n. Chr. In der senatorischen Geschichtsschreibung gilt Trajan als Optimus Princeps, als der beste aller Kaiser. Er eroberte Mesopotamien und Darkien und förderte die Romanisierung in den Provinzen. In Rom errichtete er das Trajansforum, eine Art antikes Einkaufszentrum. Die Trajanssäule gibt bis heute Zeugnis von seinem Darker Feldzug. Unter seiner Regentschaft erreichte das Römische Reich seine größte Ausdehnung. Vom Zweistromland bis auf die iberische Halbinsel, von Britannien bis nach Ägypten. Auch Trajan wählte seinen Nachfolger durch Adoption. Die Wahl fiel auf Hadrian, der bis 138 n. Chr. regierte. Hadrian legte den Schwerpunkt seiner Regentschaft statt auf Eroberungen auf die Konsolidierung des Reiches. Zeugnis davon gibt etwa der Hadrianswahl in Nordengland. Sein Mausoleum, die Engelsburg, kann bis heute in Rom bestaunt werden. Dasselbe gilt für das Pantheon, den größten Kuppelbau der Antike. Hadrian adoptierte den Senator Antoninus Pius, verfügte aber gleichzeitig, dass dieser Mark Aurel und Lucius Verus zu adoptieren habe. Antoninus Pius regierte nach Hadrians Tod 23 Jahre lang, obwohl er eigentlich nur als Übergangslösung angedacht worden war. Seine Regierung war stabil, aber unauffällig und seine Regentschaft eine der längsten Friedensperioden des Reiches. Mit seinem Tod endete diese Friedensphase, was aber weniger an den neuen Kaisern Mark Aurel und Lucius Verus, sondern an außenpolitischem Druck seitens der Pater und Germanen im Donauraum lag. Lucius Verus starb acht Jahre nach Antoninus Pius, womit Mark Aurel zum alleinigen Kaiser wurde. Aufgrund der andauernden außenpolitischen Bedrohungslage hatte dieser wenig Spielräume zur Gestaltung seiner Herrschaft und verbrachte viel Zeit im Feld. In die Geschichte ist er vor allem als Philosophenkaiser eingegangen. Seine in griechischer Sprache verfassten Selbstbetrachtungen zählen zur Weltliteratur. Mark Aurel brach zugunsten des dynastischen Prinzips mit dem Adoptivkaisertum und machte seinen Sohn Commodus zum Nachfolger. Commodus war den Herausforderungen nicht gewachsen und verfiel mehr und mehr dem Größenwahn. Nach seiner Ermordung 192 n. Chr. versank das römische Reich in Unruhen und politischer Instabilität.